Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video in Tobis Saatwerke. Heute schauen wir uns mal eine I.O. an, aber nicht für die CPU, sondern für die Grafikkarte. Und zwar schauen wir uns die Alphacool Icewolf 2 an mit einem 360mm Radiator und verbauen werde ich das Ganze auf eine 3080T, beziehungsweise ich habe es schon verbaut. Und das Ganze habe ich angefragt bei Alphacool und sie waren so nett und haben mir das Ganze zur Verfügung gestellt. Und ich muss sagen, dieses Gesamtkonzept gefällt mir wirklich sehr gut. Ich werde euch gleich auch nochmal erklären, warum. Der Preis ist hoch, muss man sagen, aber man sieht es im Hintergrund schon auch am Radiator. Wir haben hier einen Kupferradiator. Ihr wisst es ja, oder einige von euch wissen es wahrscheinlich, die meisten I.O.s kommen mit einem Aluminiumradiator und dann Kupferkühler. Und man kann auch sehen, das Ganze ist hier vernickeltes Kupfer bei dem Kühler selbst. Und wir haben natürlich eine Pumpe integriert und so weiter und so fort. Aber das zeige ich euch einmal kurz auf der Homepage. Im Übrigen wird es auch noch ein Video geben, wo ich das Ganze zusammenbaue. Wollte ich eigentlich in das Video packen, aber das würde den ganzen Rahmen sprengen, da ich seit der 9080 Ti schon länger keine Grafikkarte mehr umgebaut habe und dementsprechend vorsichtig war und auch etwas länger gebraucht habe, um ehrlich zu sein. Und dementsprechend gibt es, wie gesagt, das Video dann demnächst nochmal einzeln. Ich habe mich mal was kleiner gemacht und in die Ecke gesetzt. Ihr seht ja hier, ihr findet das Ganze unter I.O.s und Sets auf der Alphacool-Seite, wie übrigens auch auf der Aquatuning-Seite. Und hier könnt ihr dann das entsprechende Modell auswählen. Ich wähle jetzt einfach mal ein Modell und nicht explizit das für die Faunus Edition, was ich habe. Und hier seht ihr zum Beispiel für eine 6800 XT das Ganze und hier in dem Fall dann für die Faunus Edition. Also im Prinzip habe ich den Kühler hier und ihr könnt das Ganze auch steuern. Da ist eine RGW-Beleuchtung dabei. Wenn wir uns jetzt den Preis anschauen, 270 Euro, wird der ein oder andere sich denken, ach, das ist schon viel Geld. Vor allem, wenn man sich dann so eine Karte kauft, die viel Geld kostet. Aber ich kann eins dazu sagen, ihr bekommt das Prinzip das ganze Bundle und es ist günstiger, wie wenn ihr es einzeln zusammenstellen wollt. Geht gerne mal auf die Seite, stellt euch das Ganze einzeln zusammen, denn wir haben ja eine Pumpeneinheit dabei. Und zwar ist das hier die DCLT2 und dann haben wir noch Anschlüsse und Schläuche. Müsst ihr auch nochmal rechnen. Bei den Schläuchen, das sind TPV-Schläuche und die TPV-Schläuche können bis zu 155 Grad warm werden. Also das heißt, die Schläuche sind eigentlich für den industriellen Zweck geeignet und ihr müsst euch keine Gedanken machen, dass wenn das Ganze zu warm wird, dass euch das Ganze kaputt geht. Bei der Pumpe haben wir das Gleiche. Die kann zwar keine 155 Grad warm werden, die maximale Temperatur ist mit 65 Grad angegeben. Das heißt, ihr könnt hier auch nochmal ein bisschen wärmer werden lassen, das Ganze. Und da kommt ja noch die Beleuchtung dazu, die Lüfter, die draußen. Also rechnet euch das gerne mal aus. Dann haben wir noch einen Nexus ST dabei, also das ist der Radiator. Und unten habt ihr nochmal die technischen Daten, schaut sie euch gerne an. Also das Gesamtkonzept ist schon ziemlich cool. Die Lüfter haben auch einen hohen Luftdruck, was natürlich für Radiatoren super ist. Und die Lüfter sind dann PWM gesteuert. Im Übrigen, da ist keine Backplate dabei. Also wenn ihr noch eine Backplate wollt, müsst ihr die dazu bestellen. Die kostet dann natürlich auch nochmal einen Aufpreis. Schaut euch das Ganze hier an. Es sind dann 30, 40 Euro rum und somit seid ihr bei 300 Euro im Gesamtpaket. Aber das Gesamtpaket ist, denke ich mal, so über 350, 360 Euro. Und was noch cooler ist an diesem ganzen Set ist, dass ihr im Prinzip das Ganze nochmal weitern könnt. Das heißt, ihr könnt neue Schläuche dazu kaufen, das Ganze verlängern, wenn die Schlauchlänge nicht reicht. Obwohl, da muss ich sagen, die sind mir schon gefühlt zu lang. Aber das kommt auch darauf an, wo ihr das Ganze verbaut. Aber im Prinzip könnt ihr das Ganze dann nochmal erweitern, noch einen Radiator dazu bauen mit den Schläuchen. Also bekommt ihr auch schon befüllte Sets. Wenn ihr euch eine CPU-Io holt, zum Beispiel hier die Ice Bear Aura 420, die werde ich auch testen, nicht mit 420er Radiator, sondern 360er. Dann könnt ihr das Prinzip auch alles zusammenhängen. Also es ist wirklich sehr, sehr cool. Werdet ihr auch so bei mir sehen, werde ich auch mal testen, was das Ganze so bringt. Also richtig cooles Konzept. Mir gefällt das auch optisch, weil es mal was anderes ist, keine durchsichtigen Schläuche. Und es ist wirklich was zum Anfassen, auch wenn sich das hier so blöd anhört. Aber ich würde sagen, seht selbst, wir machen einmal das Unboxing und ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen des Videos. Ja, als erstes schauen wir uns den Lieferumfang an. Hier seht ihr ja schon mal die Verpackung und ich habe auch schon hier das Label bzw. das Siegel abgemacht. Und wir werfen jetzt mal einen Blick rein, was so ein Lieferumfang drin ist. Und ja, hier werden wir erstmal von der Anleitung empfangen. Zumindest sieht es so aus. Übrigens Backplate haben wir auch noch hier liegen. Die kommt aber dann nachher nochmal drauf. bzw. wir montieren ihn nachher drauf. Also die Anleitung sieht schon mal gut aus. Und nach dieser werde ich das Ganze auch dann drauf bauen. Und deswegen nochmal zur Seite. Dann haben wir hier nochmal ein Handbuch. Auch sehr ausführlich. Sieht zumindest so aus. Und da haben wir auch schon die IO. Ist eine 360er. Und wir haben natürlich zwei Lüfter. Drei Lüfter. Und die können bis zu 2500 Umdrehungen drehen. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, wir haben ordentlich Potenzial nach oben. Dann Montagematerial liegt dabei. Und dann selbst die IO. Und ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt mal an. Wenn es etwas lauter im Hintergrund ist, das liegt daran, dass ich gerade am Benchen bin. Und zwar noch die 3080T mit Original-Kühler. Aber gut, wir kommen mal zum Kühler selbst. Und hier sieht man, er ist schon befüllt. Wasser ist drin. Wir haben hier ja auch eine kleine Luftblase drin. Aber die geht dann nachher hoffentlich raus. Würde bei hier auch nicht weiter schlimm sein. Die Pumpe sitzt hier drin. Quasi in diesem Kopf hier. Oder wie auch immer ihr es bezeichnen möchtet. Und das machen wir mal ab. Und wenn wir die Grafikkarte von der Seite sehen, sehen wir natürlich auch das Logo. GeForce RTX und Icewolf. Also sieht es schon mal sehr, sehr gut aus. Und was wir hier auch haben, was ihr sehen könnt, was hier besonders an der Icewolf ist, ist, dass wir hier Schnellverschlüsse haben. Das heißt, wir können das Ganze lösen und können die IO auch erweitern. Das werden wir übrigens mal in Kombination mit diesem Kühler hier machen. Und zwar der Icebär Pro. Die steht quasi gerade hier nebenan. Aber die werden wir erst mit Ryzen 7000er testen. Und der Radiator, da muss ich nochmal was erwähnen, was man hoffentlich auch sieht. Und ich hoffe, man sieht es. Ja, man sieht es sehr gut. Ihr seht, das ist Kupfer. Also das ist kein Aluminiumradiator. Das verwenden ja viele bei IOs. Und das ist hier nicht der Fall. Hier haben wir auch nochmal eine Öffnung. Also Wasser nachfüllen könnten wir auch. Das ist auch schon mal sehr gut. Und dementsprechend ist natürlich auch der Preis hier anders. Sollte man natürlich auch erwarten. Und ich würde mal sagen, ich mache mal hier gerade den Anschluss ab. Um euch zu zeigen, wie das Ganze dann aussieht. Und ja, da kommt ein bisschen Wasser mit raus. Muss man bedenken. Ein bisschen Wasser kommt mit raus. Aber immerhin hat man die Möglichkeit, das Ganze zu wechseln. Solltet ihr natürlich nicht in Betrieb machen. Und ich verbinde das Ganze jetzt wieder. Und dann würde ich sagen, wir fangen an mit der Montage. Und ich bin wirklich gespannt, wie der Kühler dann nachher performt. Und übrigens, um es nochmal gerade zu zeigen, da war ja oben ein Tropfen drin. Und das ist die Menge, die dann rauskommt. Also Wasser kommt mit raus, wenn ihr das Ganze löst. Aber macht das mal bei einer richtigen IO. Also ohne Schnellverschlüsse. Zieh da mal den Schlauch ab von den Fittingen. Dann kommt deutlich mehr raus. Also das ist schon mal eine gute Lösung. Und wie gesagt, jetzt fange ich an zu montieren. Was man definitiv sagen kann, die Lüfter sind mit 2500 Umdrehungen sehr, sehr laut. Kann man wahrscheinlich hören. Aber wenn man die runterdreht, dann sind sie deutlich leiser. Und um ehrlich zu sein, braucht man diese Drehzahl auch einfach gar nicht. Wie ihr sehen könnt, wir sind gerade bei 1700 Umdrehungen. Und naja, die Lüfter sind immer noch laut. Deutlich leiser wie mit 2500. Aber ich würde sagen, wir schauen uns mal an oder hören uns mal an, wie es aussieht mit 30%. Das sind jetzt 20% und 20% kann man auf jeden Fall so lassen. Außer man ist sehr empfindlich, dann würde ich nochmal ein bisschen runterstellen. Aber generell würde ich sowieso empfehlen, dass ihr das Ganze nach Temperatur steuern lasst. Denn das macht definitiv mehr Sinn. Aber auch diese 20%, wie ihr gleich sehen werdet, reichen locker aus, um eure Grafikkarte zu kühlen. So, jetzt könnt ihr mal einen Blick reinwerfen bzw. auf die Karte werfen. So sieht das Ganze jetzt aus. Und man sieht, sehr schick, auch vorne mit dem GeForce RTX Logo. Ja, die Kamera nimmt das nicht so ganz auf, wie es echt aussieht. Also sieht echt deutlich besser aus. Ich mache euch mal ein Foto, vielleicht bekomme ich es dann drauf und blende es euch ein. Und hier seht ihr auch nochmal, wie hell das Ganze ist. Also wirklich sehr cool. Sieht gut aus, finde ich. Gut hinten die Lücke. Na ja, da muss man ein Freund von sein. Aber ich finde das optisch wirklich sehr ansprechend. Und vor allem, das sieht einfach mal so aus wie so ein Eisblock. Auch wenn das Licht aus ist, zeige ich euch gleich auch nochmal. Sieht das Ganze sehr ansprechend aus. Was mich so ein bisschen stört. Aber das liegt jetzt hier nicht an dem Kühler, sondern jetzt mache ich mal gerade heller. Und zwar die Schläuche sind ein bisschen lang, aber das liegt daran, dass ich den Radiator vorne drin habe und nicht oben. Ich würde ihn generell nach oben verbauen. Die Anschlüsse hier, dann passt das auch. Ansonsten könnte man gegebenenfalls noch das Ganze ein bisschen umstrukturieren. Und man muss ja sagen, besser zu lange Schläuche wie zu kurze. Und dann zu kurzen hat man auf jeden Fall ein Problem. So sieht das Ganze dann ohne Licht aus. Und man sieht, das GeForce RTX Logo leuchtet auch. Weil dieses Logo bzw. das Licht bekommt hier den Strom vom Lüfteranschluss, an dem wir ja die Pumpe angeschlossen haben. In dem Fall hier unten. Und ansonsten, die Schläuche sehen auch sehr gut aus. Und mir gefällt dieses matte-schwarze sehr gut. Die Anschlüsse könnten den einen oder anderen stören. Aber mal ganz ehrlich, mich stören sie jetzt hier nicht. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das Ganze stören würde. Und hier oben sehen wir nochmal die Pumpe bzw. den Radiator. Hatte ich übrigens nicht gesagt. Der Radiator hat eine Dicke von 30 mm. Viele AIOs setzen da auf 27 mm Radiatoren. Und die Lüfter sind dann nochmal 25 mm. Dementsprechend braucht ihr 55 mm. Entweder vorne am Gehäuseplatz oder oben am Gehäuse. Dementsprechend solltet ihr das Ganze beachten. Und ich zeige die Karte euch nochmal von unten ohne Licht. Sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Alternativ könnt ihr die Karte natürlich so auch im Prinzip wie hier bei dem Gehäuse, was ich hier habe, nicht horizontal, sondern vertikal einbauen. Und dann seht ihr von vorne nochmal ein Wasserkühler. Wäre jetzt auch nochmal ein bisschen besser. Dann seht ihr das Logo zwar von oben, aber wäre auch noch eine Alternative, die man da eingehen könnte. Und ihr solltet natürlich ein passendes Mainboard dazu haben. Farblich passt das Ganze jetzt natürlich auch nicht. Auch mit der AIO, die hier verbaut ist. Aber kleiner Teaser. Da kommt noch ein Video zu einer AIO. Habe ich ja schon gesagt, zur Eisbär. Und dann betreiben wir das Ganze mal in Kombination. Kommen wir wohl zu dem Wichtigsten und zwar den Temperaturen. Ihr seht, ganz oben habe ich einmal die V-Lässe-Dichten getestet. Ich meine, da gibt es genug Tests zu. Dementsprechend, falls euch das nicht reicht, dann schaut euch auch gerne noch woanders um, was so die Temperaturen betrifft. Ich habe das Ganze auf Automatik gelassen. Dementsprechend war die Lüftergeschwindigkeit bei dem einen Lüfter bei 43%, bei dem anderen bei 46%. Und ihr seht, es wird wirklich sehr warm. Vor allem der Speicher wird sehr warm. Und wer sich fragt, wie lange ich das Ganze laufen lassen habe, das waren 20 Minuten. Dann sehen wir einmal 15% Lüftergeschwindigkeit. Das entspricht ca. 600 Umdrehungen. Und da sind die Temperaturen schon deutlich besser, muss man sagen. Und wir sind da auch noch in keinem Bereich, wo wir Probleme mit der Pumpe bekommen könnten. Wenn wir was weiter runter gehen, zum Beispiel 12 oder 10%, dann wird es zu warm. Das würde ich jetzt nicht machen für die Dauer, für die Pumpe nicht so gut. Und es kommt auch nochmal darauf an, wer es von der Raumtemperatur hier hat. Das war hier bei mir bei 20 Grad. Also schon etwas kühler im Sommer, solltet ihr es auf jeden Fall ein bisschen höher drehen. Bei 20% sieht man schon, dass sich das Ganze wirklich steigert. Und umso höher wir das Ganze dann stellen von der Lüftergeschwindigkeit, umso niedriger gehen die Temperaturen. Es gibt natürlich einen Punkt, da macht das Ganze keinen Sinn mehr. Also 50% Lüftergeschwindigkeit war mir persönlich jetzt zu laut. Aber wenn man neue Bestleistungen erzielen möchte, dann kann man natürlich auch mal auf 50% oder noch höher drehen. Denn man sieht, es bringt dann nochmal ein bisschen was, aber nicht mehr so viel. Mein Sweet Spot sind hier 20%, muss ich sagen. Das ist für mich dann nicht zu laut. Und selbst 25% sind auch noch sehr angenehm, meiner Meinung nach. Aber berichtet gerne mal selbst, wenn ihr die Icewolf 2 habt, was ihr denn da denkt. Und man kann das Ganze ja noch so konfigurieren, dass es temperaturabhängig ist, sei es von der CPU oder ihr legt einen Sensor an die Grafikkarte, wie auch immer. Ist ja alles möglich. Dann könnt ihr es natürlich auch im Eile sehr leise gestalten und auch deutlich leiser wie die Fauna Sedition. Denn die dreht ja mal gerne kurz auf, wenn es mal hier und da ein bisschen Last gibt. Und das habt ihr hier definitiv nicht. Also wirklich sehr angenehm. Spulenfeedback ist übrigens bei mir ein bisschen niedriger geworden. Hatte ich gar nicht erwähnt, bevor ich euch eben die Lautstärke gezeigt, beziehungsweise ihr die Lautstärke hören durftet. Und ist bei mir ein bisschen weniger geworden. Ich kann mich aber auch täuschen. Und meine Ohren sind einfach noch schlechter geworden. Und da wir das Ganze ja hier mit 350 Watt getestet haben und die neuen Karten ja vor der Tür stehen, dachte ich mir, ja gut. Dann drehst du das Ganze nochmal hoch. Und dementsprechend habe ich das Power Target auf 114% erhöht. Dann sind wir bei ca. 400 Watt. Und man sieht, dann wird es definitiv schon was wärmer. Ich habe euch das Ganze mal so untereinander gestellt, damit ihr es direkt vergleichen könnt. Mit 100% Power Target einmal 114. Und man sieht schon, dass da mehr Temperaturen herrschen. Dann würde ich und er tendieren zu 25% Lüftergeschwindigkeit. Habe ich jetzt hier in dem Fall nicht getestet. Aber ich würde dann die Lüfter schon ein bisschen höher drehen lassen. Denn das macht schon ein paar Grad aus. Aber es zeigt auch, dass die Eiswolf definitiv gerüstet ist für die neuen RTX-Karten. Je nachdem, könnt ihr noch einen Radiator dazuhängen. Wäre vielleicht empfehlenswert, vor allem wenn ihr das sehr leise haben möchtet. Denn ihr wisst ja, da kommen nochmal 50 Watt drauf. Ich kann euch aber nicht genau sagen, wie hier die Wärmeabfuhr ist. Das kann man nicht eins zu eins umrechnen, dass es ein anderes Fertigungsverfahren ist bei den neuen Karten. Aber hier habt ihr so ungefähr einen Anhaltspunkt. Und ich habe auch schon gesehen, es gibt ja entsprechende Kühler von AlphaCool für die neuen Karten. Und dementsprechend habt ihr hier auch die Option, eure RTX 4090, 4080 auf einer Eiswolf 2 aufzurüsten. Natürlich haben wir auch durch die niedrigeren Temperaturen einen höheren GPU-Takt. Und daraus resultieren mehr Punkte im 3DMark Timespy Extreme. Ihr könnt sehen, insgesamt haben wir ca. 300 Punkte mehr bei der Graphicscore. Und insgesamt sind es dann etwas mehr wie 200 Punkte. Aber das ist natürlich nicht nur im 3DMark Timespy Extreme, sondern auch in Firestrike Extreme. Und hier sehen wir auch, dass die Punkte etwas steigen, sogar etwas mehr. Und dann habe ich das Ganze auch nochmal in einem Spiel getestet. Und zwar in Shadow of the Tomb Raider. Und in Shadow of the Tomb Raider ist es so, dass wir insgesamt 3 FPS mehr haben. Und für weitere Details schaut euch unten einmal die GPU-Punkte an, bzw. die FPS einzeln für die GPU. Da könnt ihr dann näher Details finden, wo er denn die Performance gewonnen hat. Und im Übrigen wurde das Ganze bei 25% Lüftergeschwindigkeit getestet. Also insgesamt war ich sehr überrascht von der Eiswolf 2. Ich dachte nicht, dass hier ein 360mm Radiator ausreicht. Ich hatte mal eine 9080T, wie ich schon erzählt habe. Und da habe ich das Ganze mit zwei Radiatoren, also zwei 360er betrieben. Waren allerdings kleinere und auch nicht von Alpha Cool, muss ich ehrlicherweise gestehen. Und da ist das Ganze schon etwas wärmer geworden, bzw. die Grafik hat es wärmer geworden. Kann aber auch hier an dem Kühler gelegen haben. Es ist wirklich ein sehr gutes Paket. Ich hätte auch nicht gedacht, dass die Pumpe so leise ist. Also ich kann sie nicht hören, auch wenn ich direkt mein Ohr dran halte. Da ist alles andere im System nauter. Und dementsprechend, also mich hat sie definitiv überzeugt. Ja, für eine RTX 4090 kann es knapp werden. Müssen wir mal schauen, wo die Reise hinführt. Aber da kann man ja auch noch einen Radiator nachrüsten. Weil wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir schon 2.000 Euro für die Grafikkarte ausgeben, dann machen die paar Euro auch nichts mehr aus. Also gefühlt zumindest. Nur beachtet bitte bei der Grafikkarte auf den Hersteller, ob der Hersteller hier noch Garantie gewährleistet, wenn ihr den Kühler abbaut. Sollte ja fast einem klar sein, dass man da schon gucken muss, zu welcher Karte man greift. Und am Ende muss ich noch sagen, was die Lüfter angeht, die sind zwar schon ein bisschen lauter, aber in meinem Fall waren sie bei 20 und 25% leise. Und da reicht auf jeden Fall die Leistung auch noch aus für die Karte. Ist auf jeden Fall deutlich besser wie mit dem Original-Kühler. Und alternativ kann man natürlich auch noch umrüsten und andere Lüfter verbauen, wenn man das möchte. Und was ich wirklich sehr cool finde, vor allem mein Fall, ich teste ja viele Mainboards und so weiter und so fort. Man kann das Ganze einfach ausbauen. Ich kann sogar die Karte einzeln ausbauen. Das heißt, ich kann den Radiator drin lassen, mache einfach die Verschlüsse ab. Es kommen ein paar Tropfen raus, fange das ab und dann ist die Karte draußen. Kann es erweitern und so weiter und so fort. Es gibt viele Möglichkeiten. Die Optik gefällt mir wirklich gut mit den Schläuchen. Auch der Kühler gefällt mir von der Optik. Vor allem, dass der durchsichtige Teil vom Kühler so dick ist. Das gefällt mir auch. Ich verbinde das Ganze irgendwie mit einem Eisblock. Es gab ja auch von AlphaCool schon Produkte, die Eisblock heißen. Dementsprechend passt es ja. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie euch die Optik gefällt. Ob ihr die Eiswolf 2 schon verbaut habt oder die Eiswolf 1, wie auch immer. Oder die Eisbär oder irgendwelche anderen Produkte von AlphaCool. Würde mich interessieren. Demnächst kommt noch ein Test und zwar von der Eisbär Aua mit 360mm Radiator. Werde ich natürlich auf dem Ryzen 7700X testen. Und ihr wisst, der kann warm werden. Ich bin mal gespannt, was die Ergebnisse sind. Wird der erste Kühler sein, den ich darauf testen werde. Und damit würde ich sagen, das war es das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte vergesst das Abonnieren nicht. Daumen nach oben. Kommentieren. Und am Ende bekommt ihr nochmal eine kleine Lightshow. Bis zum nächsten Mal. Euer Tobi. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.